Musik Ja, also hallo, ich war bei der Bundeswehr Und bei meiner Ausbildung haben sie mir Implantate eingebracht Und ich kann auf 5 Kilometer alles schärf sehen Verstehst du, wenn ich jetzt einmal mit dem Auge zwinke Dann Kann ich auf 50 Meter ranstehen Und dann sehe ich alles, was ich sehen muss Verstehst du Nee, das glaube ich nicht Das glaube ich nicht Sehr schön Das finde ich sexuell Sexuell? Du bist sexuell Das hat keiner gehört, Schatz Guck dir das mal an Hier die ganzen alten Säcke 77er Baujahr 77 79er Baujahr 84er Baujahr 85er Baujahr 73er Baujahr Heidewitziger Hier ist halt wirklich das Altersheim Hier ist halt wirklich das Altersheim von Twitch Deswegen gehen die Subs auch immer so lange Ähm Gisela, sag mal Wir haben hier Jeden Monat So ein 4,99 Irgendso ein Hauptsitz Dessi, sag mal Wann haben wir dieses abgeschlossen? Das ist irgend so ein Ist das unser Ja, mal Sparabo für Klingeltöne Gisela Ich kann das nicht richtig identifizieren Aber Lass das ruhig mal laufen Verzeihung Was denkst du, wann der Moment kommt, wo ich dich gleich dafür verprügeln will? Ja, ich weiß Das war Man, Nathan Das ist immer so Jedes Mal, wenn ich dich sehe Brauchst du ein Kühlkissen? Das sind auch welche im Auto Fuck Meine Katze hat auf die Taste gedrückt Scheiße Ich geh mir mal meinen Hut ricken, ne? Entschuldigung Ey, das Ding ist, ich habe keinen Kompressor und ich kann nicht entlüften Das ist, wenn the gas funktioniert nicht Also wenn ich Jetzt hast du, das ist so behaart und so dick Das hätte ich nie gedacht Was? 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 Also ich meine, was? Was ist denn das jetzt? Ich habe schon was gesagt Also ich bin der Gott Ich weiß nicht, über was ich mir verwundert sein soll jetzt Was, schon wieder Pause? Ja, wir haben einen Hund hinten drin, Leute Wir haben keinen Stress Wollt ihr mal meinen Bauch sehen? Hau ab, das ist mein Typ, du Arsch Du kannst den behaarten Jedi woanders raushängen lassen Nee, den behaarten Jedi woanders raushängen lassen Von deiner kleinen Klapperschlange wollen wir nichts sehen Von deiner kleinen Klapperschlange wollen wir nichts sehen Deine kleine süße Klapperschlange Das war's jetzt Was denn? Geisterfahrer Du bist superer Du auch Schatz Du bist noch viel superer Hör 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 Das ist so Wahnsinn, wenn der irgendwas macht Du kannst mit ihm reden Du kannst ihm Sachen erzählen Der ist einfach abseits so Der ist voll in seinem Fokus Egal was es ist Schon so oft gehabt Ich rede mit dir und du reagierst einfach null Ja soll ich jetzt auf den Witz antworten Ob ich deine Banane will? Soll ich jemand? Nee, nee Weg von meiner Banane Weg von meiner Banane Du hast doch gerade gefragt, ob ich ein Stück Banane will Wenn ich vorbei über's kriege Aber wisst du, woran ich immer denken muss, wenn ich eine Banane esse? An Gib ihm doch mal ein Stück, dann muss er weniger kacken Win-win-Situation Ja, da hat kein Bock, dass mein Hund nachher irgendwann platzt Platz Hey Okay, wieder da Hallo Hi Hallo Okay, Leute Ich lasse Musik in meinen Ohren Ey, was? Wow Schrei mich nicht an Bist du nicht auf Alternate? Oh, heute ist Donnerstag Oh ja doch, heute ist Donnerstag Mann, ich war eine Woche woanders in der Pampa Ich weiß nicht, wo ich hin muss Okay, wir sehen Mann ey Hey Wir gehen jetzt kurz mal zu Alternate Und ich muss mal schnell den Kanal wechseln Wartet mal kurz, meine Katze hat gekotzt Wir gehen jetzt mal, Gerd? Gerd? Sag mal Gerd? Wir sind dabei Wir sind dabei Gleich Gleich Und ich habe das mal kurz an Schnellen zu kriegen Oder Weiß auch immer du am Arsch griffst Pickel Ganz gut aus von dem Game Die ist auch nicht schlecht Oh, da vorne ist eine Sau Oh, da vorne ist eine Sau Ähhhhhhhhh Wat? Jo, ich bin da Wenn du rechtsklick gedrückt hältst Kannst du dein Spee auch werfen Ich kann ihn nicht werfen Ich werfe ihn Nein Nein, du rammst mich jetzt nicht Hau ab du Sa- WääK Wat? Eine Melone? Geil Ich denke, der streamt heute hier. Ne, der hat heute vormittag schon hier gestreamt. Okay, 1,4. Man stirbt von der Melone? Man stirbt von der Melone? Wie man stirbt von der Melone? Wie man stirbt von der Melone?